Bitcoin steht hier aktuell vor der Entscheidung, welches Szenario unserer Meinung nach das wahrscheinlichste ist und welche Alternativszenarien wir aber trotzdem auf dem Schirm behalten müssen, das erfahrt ihr im heutigen Video. Und damit würde ich sagen, servus und herzlich willkommen zum heutigen Crypto-Update von Trading&Air. Wir schauen uns heute wie immer Bitcoin und Ethereum im Detail an, sind einfach aktuell mehrere Szenarien offen, gehen darauf ein, welche die wahrscheinlichsten sind und was für welches Szenario letztendlich passieren muss. Eins auch vorweg, wie immer, bevor wir anfangen, ihr könnt dem Video gerne mal einen Daumen nach oben da lassen, falls es noch nicht geschehen, auch gerne den Kanal kostenlos abonnieren und wenn ihr möchtet, auch die Glocke aktivieren. Und zusätzlich, auch gerne, wenn ihr möchtet, mal einen Kommentar da lassen, würde uns auf jeden Fall mega freuen und supporten. Ich würde sagen, wir starten direkt rein, Kryptomarktversicherung bei den 852 Milliarden US-Dollar, damit 2% im Minus gegenüber der letzten 24 Stunden. Bitcoin hier relativ ähnlich, ebenso mit 2% im Minus, notieren hier knapp unter den 17.000 US-Dollar. Sie haben etwas stärker wieder abgegeben mit 3%, notiert bei den 1260 US-Dollar. Wir gehen direkt auf die Ausreise ein, Excel Infinity zieht hier weiterhin an, in den letzten 24 Stunden 23% nochmal zugelegt. Synthetix hier mit 8,3%, Stacks mit 4%, sonst relativ wenig. Und nach unten raus haben wir auch mal ein paar Sachen, einmal Kronos mit 7,7%, GMX mit 7%, Ethereum Power mit 6,2% und Zählung hier ebenso mit 6% im Minus. Wir gehen auf den Bitcoin-Chart, das Ganze hier erstmal auf dem Daily-Time-Frame. Wir haben grundsätzlich die gestrige Daily-Kanal relativ langweilig geschlossen, in Anführungsstrichen. Nach wie vor das wichtigste Level nach oben raus sind die 17.200 US-Dollar, wie wir es jetzt auch schon ein paar Tage erwähnt haben. Grundsätzlich haben wir uns jetzt schon dreimal die Liquidität darüber geholt, was eigentlich eher ein bearishes Zeichen ist. Wenn jetzt ein wirklicher Daily-Close darüber jetzt mal vonstatten gehen sollte, dann wäre wirklich die nächste Haltestelle auch hier erstmal die 18.200 US-Dollar, was auch mit unserer Analyse des kleinen Time-Frames übereinstimmt. Sprich, hier wäre auf jeden Fall mal ein Daily-Close. Gut, sollten wir jetzt hier unterhalb den 16.800 US-Dollar schließen, wäre das Ganze nochmal extrem bearish zu werten. So ist es noch relativ neutral, wenn wir in dieser Seitwärtsphase weiterhin schließen. Wir gehen auf dem 4-Stunden-Time-Frame. Zeichnungen sind bereits an. Wir gucken uns mal ganz kurz hier eben den übergeordneten Count an, für die, die neu auf unserem Kanal sind. Grundsätzlich, seitdem wir unser Ort einmal gebildet haben, gehen wir davon aus, dass wir uns an einem WXYXZ-Pattern eben runterbewegen. Diese Welle Z, hier könnt ihr im Chart sehen, diese Z hatten wir jetzt nochmal unterteilt in ein WXY. Demnach sind wir aktuell nach wie vor noch in der Y und damit ist auch unserer Meinung nach der Boden bei Bitcoin noch nicht gefunden. Wichtige der Welt, die jetzt nach unten raus wichtig werden könnten, seht ihr jetzt schon mal im Chart. Grundsätzlich erstes Bodenbildungspotenzial wäre beim 1-2-1 für das WXY, hier bei den 14.400 US-Dollar. Diese Welle Y haben wir jetzt letztendlich mal unterteilt. Dann sind unsere Meinung nach runtergekommen in einer Welle A und jetzt gibt es einfach aktuell zwei Möglichkeiten. Einmal mittels einer Flat-Korrektur, wie ihr es hier in Türkis sehen könnt, A hoch in einer B hier runtergekommen und sind nach wie vor in der C, welche eben hier Targets von 18.200 bis grob gesagt zu den 20.000 US-Dollar hätte. Oder wir zahlen das Ganze hier nochmal auf in ein Triangle, sprich, dass wir hier hochgekommen sind in einer A, runter in einer B. Jetzt aktuell nach wie vor noch in einer C oder diese bereits schon gesehen. Und dann wieder nochmal runterkommen in einer DD, hoch in einer E und dann eben in Richtung Lower Low danach abzuverkaufen. Beide Szenarien beinhalten nochmal das Lower Low, sprich hier ist definitiv unserer Meinung nach der Boden noch nicht drin. Wir gehen auf einen Stunden-Time-Film erstmal nicht erschlagen lassen, bitte von den ganzen Fips. Hier hatten wir nämlich letztendlich nochmal die türkise C unterteilt. Einmal hier, könnt ihr sehen, in einem orangenen Count 1, 2, wo wir nach wie vor noch in der orangenen 3 sind. Und diesen Count haben wir dann eben letztendlich nochmal in den gelben Count unterteilt. Sprich, ihr könnt euch mal gerade hier einzeichnen, 1, 2. Dann jetzt hier hoch in einer 3. Dann werden jetzt hier runter in einer 4 gekommen. Hier gibt es aktuell auch noch zwei Möglichkeiten. Ob die jetzt drin ist oder nicht, kommen wir gleich nochmal dazu. Um dann eben nochmal in Richtung High High zu gehen. Grundsätzlich würden wir jetzt aktuell sagen, dass es bei der 4 einfach zwei Möglichkeiten gibt. Da gehen wir nämlich jetzt nochmal auf einen 15-Minuten-Time-Film. Denn grundsätzlich können wir jetzt hier A sagen, die 4 ist bereits drin. Hier unten mit unserem Wig. Oder wir sagen eben, okay, wir haben nochmal ein bisschen Platz nach unten raus. Denn wir haben hier theoretisch bis zu 0,5 Minuten Platz bei den 16.760 US-Dollar. Sollte dieses Level brechen, das ist aktuell nach wie vor noch unser so Go-To-Level jetzt, sage ich mal. Wenn wir das Ding brechen, sieht es unserer Meinung nach hier bereits eher nach der Version des Triangles aus. Sprich, dass wir hier oben unsere C gebildet haben. Man kann das Ganze nämlich hier auch so counten, dass bereits hier unsere gelbe 5 drin ist. Dass wir dann eben sagen, okay, wir sind jetzt hier bereits in einer A runtergekommen. Hier hoch in einer B. Wir würden jetzt in Richtung C nochmal abverkaufen. Übergeordnet eben im Triangle. Und da entscheidet eben letztendlich das 0,5 natürlich drüber. Aber erstes Anzeichen wäre eben, wenn wir unser Low hier nochmal rausnehmen. Deswegen haben wir da auch aktuell einen Wecker drin. Ja, müssen wir auch einfach aktuell gucken. Je nachdem, wie wir uns jetzt hier erstmal verhalten. Denn auch hier, wie gesagt, wäre jetzt die Möglichkeit, dass wir uns jetzt hier in dieser B eben hochbewegt haben. Sprich, hier nochmal in A, B, C unterteilt. Und auch hier aktuell perfekt die Levels abgeholt. Hier in Richtung der Ineffizienz gekommen. 0,5 hat sie mitgenommen. Und das 1-to-1-Rage hier angelegt über unser A, B. Sprich, auch das war aktuell definitiv noch ein mögliches Szenario. Was aktuell aber unser Primärszenario, beziehungsweise unser leicht favorisiertes Szenario ist, ist, dass wir jetzt eben hier bereits in der 5 sind, hochgekommen sind in einer 1, hier nochmal runter in einer 2 und demnach aktuell schon in der Welle 3 sind. Diese kann sich natürlich nochmal, oder beziehungsweise setze ich eben nochmal in 5 Teilen zusammen und würden jetzt eben mit dieser Welle 3 hier im Retrace bis auf die 17.500 R bis hoch auf die 17.700 US-Solar erstmal anvisieren und dann eben nochmal leicht abzuverkaufen und nochmal in Richtung High-High zu gehen, was jetzt erstmal so dann hier oben mit unserem Bereich der 18.200 US-Solar korrelieren würde. Und da kommt es jetzt einfach an, wie kommen wir jetzt hier hoch. Grundsätzlich, wenn wir jetzt sagen, okay, 1, 2, wir kommen jetzt hier hoch in einer 3, 4, 5, dann sieht das Ganze eher so aus, als würden wir jetzt hier bereits die 5 gebildet haben. Hier bei den 17.500 US-Solar muss man natürlich gucken. Und dann würden wir sagen, okay, wir sind ja wahrscheinlich eher im Triangle-Szenario, würden das Triangle hier oben finishen und dann in Richtung Low-Low hier zumindest unter diese Lows erstmal nochmal abzuverkaufen. Oder wir sagen, hier 1, 2 und kommen hier in einer 3 hoch. Da muss es jetzt aber echt mal abgehen, dass wir dann hier nochmal retrasen können, damit wir eben nochmal in Richtung High-High gehen. Dann unserer Meinung nach definitiv das wahrscheinlichere Szenario, dass wir uns hier oben in dem Bereich der 18.200 US-Solar erstmal bewegen. Aktuell ist es so ein bisschen No-Trading-Zone. Wir gucken zwar nach Setups, finden aber aktuell relativ wenig. Wir haben hier ja nach wie vor noch einen Long-Trade offen, der wirklich auch punktgenau abgeholt worden ist, den wir auch aktuell nach wie vor noch offen lassen, denn wir gehen eben davon aus, wie gesagt, mit unserer Primär-Szenario, dass wir jetzt hier uns nochmal in die Richtung 18.000 US-Solar bewegen. Falls ihr solche Signale und auch welche Anpassungen nicht verpassen wollt, könnt ihr auf jeden Fall gerne mal unsere kostenlose Telegram-Signalgruppe abchecken. Das ist jetzt hier beispielsweise der Trade gewesen. Ist auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinkt. Wie immer muss aber natürlich dazu gesagt sein, ist keine Anlageberatung. Ihr könnt uns so Trades nachmachen, müsst ihr es aber natürlich nicht. Und ebenso in der Videobeschreibung verlinkt ist unsere Talkin-News-Gruppe. Gibt es einfach ja Austausch mit der Community oder einfach mal Trade-Ideen oder kleinere Updates von unserer Seite. Genau, sprich, der Fahrplan sollte, denke ich, klar sein. Nach unten raus auf jeden Fall das 05.500G im Blick behalten. Und wenn wir, man könnte mal ganz kurz hier nochmal die wichtigsten Levels allgemein reinladen, falls wir das 05.500G wirklich brechen sollten. Ich möchte aber eigentlich in der Talkin-News-Gruppe up-to-date halten. Wäre jetzt erstmal das Golden Pocket interessant bei den 16.200 US-Solar bis runter auf 07.6. Bei den 15.884 US-Solar für die übergeordnete Triangle-Version. Genau, wir gehen rüber erstmal in Ethereum. Das Ganze hier ebenso auf einem 4-Stunden-Timeframe. Und geben hier auch, wie immer, ganz kurz darauf ein, wie wir uns hier übergeordnet verhalten. Grundsätzlich auch hier, eigentlich wie bei Bitcoin, bewegen wir uns hier noch in einer Z in Richtung Low-Low. Das Ganze nochmal unterteilt in das W, X, Y. Und diese Y eben nochmal unterteilt sind wir hier in dem A runtergekommen. Und auch hier gibt es aktuell noch zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, Flat-Korrektur, sprich A, B, C hier hoch in den Bereich der 1.500 US-Solar. Oder eben auch hier die Triangle-Version A, B, C, D, E. Aktuell ist aber auch hier noch die Flat-Korrektur unsere Primär-Erwartung. Ja, wir gehen auf den Stunden-Timeframe. Auch hier bitte erstmal nicht erschlagen lassen. Kommen wir jetzt eins nach dem anderen dazu. Letztendlich haben wir hier auch nochmal die C unterteilt. Erstmal übergeordnet in den orangenen Count, wo wir nach wie vor noch in unserer orangenen römischen 3 sind, die wir hier oben gerne finishen möchten. Letztendlich das Ganze nochmal unterteilt in den türkisen Count, wo wir unserer Meinung nach bereits hier die 4 gesehen haben. Sprich, wir sind hier aktuell in der türkisen 5. Das Ganze haben wir jetzt hier nochmal unterteilt in N1, 2. Sprich, wir sind hier hochgekommen in einer 1. Das sieht sehr dreiteilig aus. Sprich, unserer Meinung nach kann sich das hier als ending diagonal eben herausstellen, dass wir jetzt hier runterkommen, eben nochmal in einer 2, die sie bereits gesehen haben und jetzt eben in der 3 sind. Letztendlich wie bei Bitcoin. Optimalbereich der 3 können wir uns mal ganz kurz nochmal reinladen. Müssen wir nämlich einmal hier leicht anpassen. Und zwar sind wir hier nochmal ein bisschen lower gebrochen. Während das 1.600, 8.000 bis 2.400 von den 1.350 bis 1.380 US-Solar, dass wir dann eben letztendlich auch hier übergeordnet das Ganze natürlich unbedingt fünfteilig zählen, dass wir sagen 1, 2. Hoch jetzt in der 3, leicht zu tracen in einer 4. Die kann theoretisch auch die 1 schneiden, wäre kein Problem in einem ending diagonal. Und dann eben nochmal in Richtung high high hier mit der 5 zu gehen und dann unseren übergeordneten, unsere übergeordnete römische 3, die ich eben bereits angesprochen hatte, dann zu finishen, dann nochmal retracen und in Richtung high high zu gehen. Sprich auch hier eigentlich ähnliches Szenario wie bei Bitcoin. Wir müssen jetzt das Ganze gucken, wie wir das jetzt unterteilen. Es ist jetzt eher dreiteilig, eher fünfteilig bei Bitcoin. Und dann können wir auch hier gucken, welche Targets sich jetzt hier bei Ethereum ergeben. Letztendlich nach unten raus auf jeden Fall. Unser low im Blick behalten sollte das Ganze fallen. Können wir uns auch hier manchmal mal ganz kurz die wichtigsten Levels reinladen. Wäre auch hier grundsätzlich erstmal das Golden Pocket bei den 1.160 US-Solar bis runter aus 0.786 bei den 1.124 US-Solar. Aber wie gesagt, sollte dieses Level hier eben brechen, unser low nach oben raus. Jetzt auf jeden Fall erstmal die Highs hier im Blick behalten bei den 1.310 US-Solar. Sollten diese fallen, kann es relativ schnell hier in Richtung des Optimalbereichs gehen. Sollte unsere Supportline fallen, würden wir euch auf jeden Fall in der Talkie-News-Gruppe up-to-date halten. Da müssen wir dann nämlich gucken, wie schnell wir dann jetzt hier wirklich unter das Low bei den 1.236 US-Solar rutschen. Genau, und das soll dann der Stelle auch schon gewesen sein. Wir freuen uns schon mal über jegliche Art von Support. Gerne mal ein Like und ein Komi dalassen. Sonst würde ich sagen, ein Trade in den US raus. Wir hören uns entweder später in der Talk-Gruppe oder im Altcoin-Update-Video wieder. Und sonst natürlich morgen im Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao.